Oh nein, oh nein Oh Gott, das erschreckt mich nicht White 41 Tage Ah Das ist... Das ist... Fuckin Big Lebowski The Dude The Dude Who gives a shit Just... Oh no Eddie, okay I'm here Es kommen die... Es kommen die Shootings Es kommen die Shootings Holy shit man, did you get them? Are they back there? Wyatt Die kommen ja von der Seite Are they there or not? Come on Wyatt talk words at me man Fuck if I know What does that mean? It means They could be back there But I don't know if they are back there, okay? Wind Beste Idee Also Wyatt Ich weiß gar nicht wer ich jetzt bin Ich bin das gar nicht irgendwie... Ich bin da jetzt niemand Außer Wind's Wind's Verbesser No lights No... You know They can't see us Christ, I can taste blood in my mouth I don't think it's mine I can't see a damn thing out of here I can't see a damn thing out of here How much stupid can you pull off today man? Turn the fucking lights on Stupid? What? This is smart Eddie noted that Those guys won't find us With the lights off We can't see a damn thing I can see all the damn things It's fine I can't believe we're in this shit Don't barf just yet, okay? Please This road is really straight We'll be fine At least slow down What? Fuck no Did you see that one guy's eyes man? He's fucking gorked I don't want that guy in my life, Wyatt This is gorked You're covered in that guy's blood God Dude You are covered in that guy's blood I know, Wyatt My shirt is soaked It's like I just Why didn't they say anything? Guy's taking his shit over there That's all they had to say It's bullshit I told you not to keep that gun on you Fuck right off, Wyatt Those guys don't want to kill us Those guys don't want to kill us Fucking dude man, he's been a dude You don't know that Yes, I do That gun saved your chubby ass Look, Wyatt All I know is those guys had me all Jacked up Like I was on speed or something I was just on edge, you know Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his hand Machen I checked I'm sorry man Hat der Tomism gebracht? Don't sweat man Eddie appreciates that Alright okay Die kommen gleich von der Seite, die Gegner. Den Nebel muss weg. Wann hast du angefangen, Späne zu machen? Ich habe gesagt, nein, Idiot. Warum ist der... ...straight up... Oh, der doch nicht. Der witzige Mann! Warum hast du nicht eine Mädchen? Bitte, nicht wieder zu sprechen. Bitte, nicht wieder zu sprechen. Wir sehen, ob es noch etwas Sticky ist. Was? Was? Glovebox? Was für Sticky? Was ist Sticky? Wollen wir jetzt Stickern oder was? Ach so. Das sind die Drogenleute. Was? 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 Holy shit, Mann! Holy shit! Can... Können Sie... Ich denke, dass es jemand war. Wyatt, komm mal Mann, sage etwas. Wer war das ein Mann oder nicht? Was? Lachen? Das Nacht ist so... Ich glaube, dass er... Ich glaube, dass er lebend war. Ich will sehen, ob es etwas rund der Kohlreis gibt. Es ist nichts, das uns eine Art und Weise sagt. So können wir es einfach besuchen. Aber ich werde nicht verlassen, wenn wir einen menschlichen Mensch haben, Mann. Ich bin einfach nicht. Ich bin einfach ein Mensch. Ich bin einfach ein Mensch. Ich bin einfach ein Mensch. Ich kann es nicht durch die Schrauben sehen. Schau, es ist gut. Schau? Mann, was ist das auf dem Schrauben? Das ist ein Teil von einem Kohlreis, glaube ich. Ja, aber viele dead Leute haben Kohlreis. Keep looking. Denkst du das Blut auf der Windschild ist frisch? Oder rot? Oh, okay. Also sie wissen, dass es Zombies gibt. Jetzt überlegen sie, ob es ein Mensch oder ein Zombie war. Ist das die Schrauben des Autos? Ich kann es nicht von hier sehen. Mann, ich sehe wirklich nichts. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss ich ja hinklicken. Irgendwo muss ich ja hinklicken. Warum sollte denn ein normaler Mensch draußen rumlaufen im Sumpf? Ja, das ist nicht lang. Okay, dann los. Ja, du! Dreck dich ein bisschen auf. Lass halt gehen. Komm mal, Mann. Das ist dumm. Wir gehen raus. Wir schauen es raus. Wir gehen raus. Ich gehe und gebe mir die Gump. Both of uns? Ich meine, ich weiß nicht. Ich? Ich habe den Mann. Einer von uns sollte hier bleiben. In case. Nein, ich will raus. Ich will raus. Ich will ein bisschen Action. Okay. Shit. Okay. Hier. Wir wollen rock, paper, scissors for it. Alright, okay. Are you fucking serious? No. Come on. Sitting here is making me nervous. Play. Man, I can't believe I'm doing this shit. Dude. Two seconds. It's over. Alright, two out of three, right? Sure. One, two, three. Go. Fuck, ich habe verloren. Man. Alright. One, two, three. Scissors. Fuck. Rock your scissors, dude. Eddie. Ja, sorry. Ich bin wieder verloren. caught up. Son of a bitch. Nice game übrigens. GG well played. Da sieht man mal meine Skills. In rock, scissors, pimp, papers. Rock, scissors, pimpers. Be careful, dude. Ich will wieder Vince spielen. Vince war bester Mann. Vince war mit Abstand bester Mann. Aber ohne Scheiß. Ich will eigentlich nicht. Ich habe den falschen genommen im Bus. Ich habe den einfach getötet. Ich bin der Dude, man von Bickelboski. Du musst es langsam aufhören, Dude. Piece of Glass. Was interessiert mich? Piece of Glass. Ich bin der Dude, man von Bickelboski. 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 Come here. Es wäre ein großartiger Backpack, wenn du mir sagen könntest, ob dein Wuner allein war oder nicht. Gut, ich habe nur den Griff von mir von mir zu sprechen, weil das Sinn macht. Oh man, der Dude ist gut. Ja, ist ja gut. Ich bin schon unterwegs. Ich sehe nur nichts. Schau an das Blut. Ja, das ist Blut. Gibt es anderes Zombieblut? Ich glaube nicht. Oh, der ist weggeschliffen. Holy shit, das ist ein verdammtes Blut. Wyatt, hast du nichts gesehen? Hallo. Warum stehe ich das Ding? Ich habe nichts gut am Ende. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ja, das ist ein Zombie. Ich bin nicht versteckt. Du musst mich antworten. Wenn du ein Mann bist, dann will ich dich nicht schreien. Bitte sagst etwas, Herr... Ich bin nicht sicher, ob du mitten, mitten oder nur ein Scheiße, Mann. Ich muss das hin, oder was? Shit. Bist du okay? Bist du okay? Kannst du mich hören? Ja, das sieht ziemlich... Ich weiß nicht... Uniform... Ist das ein... Er hat ein Uniform an. Erst mal die Wunder angucken. Jesus. Das ist schlecht. Okay, böse Wunde. Mann, dieser Mann ist ein Kopp. Kopp! Bitte, sei okay! Okay! Nice! Die Heilungs... Das waren die Heilungsmoves. Oh shit! Okay, aha! Das ist ein Zombie-Mann. Sorry, Mann. Ja, das bringt nichts. Ich will... Wer ist das? Ach so, das ist Zombie-Craft. What? Ah, hi! Wo kommen jetzt plötzlich Zombies her? Jetzt plötzlich... Where are you, honey? Oh shit! Ich hab mal... Ist das ein Revolver mit 6 Schuss, gell? Und ich hab auch schon im Auto geschaut. Ah, ich hab nachgeladen. Ich hab nachgeladen. Okay. Ah, es ist... Das ist nicht unser Auto. Das ist der Truck. Das ist der Truck. Unser Auto hat nicht so viel Lichter. Wieso läuft der eigentlich nicht schneller? Schau mal, wie er läuft! Schau mal, wie er läuft! Das ist das für ein behinderter Typ! Der chillt sich einen ab! Eddie! Geht zu Eddie! Kannst du mir mal helfen, Mann? Du hast gerade angefangen, Mann! Du hast gerade angefangen! So ein Idiot, der chillt, der läuft da, spazieren im Sumpf. Hey, da vorne ist ein zwar... Das hab ich doch... Das hab ich doch... Meilenweit hat man das sehen können, dass da Lichter sind. Wyatt, warst du ein bisschen zu viel getrunken? Und geraucht, he? Jetzt bin ich alleine im Sumpf, ohne Kopf. Alright! ich kann ich kann noch mal weit spielen hier kann ich nicht rossel bonnie ich spiele es immer den anfang von allen fünf episoden und dann geht es weiter wahrscheinlich und es gibt jeweils fünf kapitel oder so fünf leute aber das war schon für die aufnahme sehr schön bedanken fürs zusehen und wir sehen uns beim nächsten paar ganz wieder heißt the walking dead dieser mit einem nächsten mal mit einem bisschen fitteren napkin ich hoffe es taugt bis dahin tschüss macht's gut auf wiedersehen euer napkin seht was schwulen die kamera grinsen beste idee sie sahen napkins let's play hören sie nun artikel 102 unseres grundgesetzes zur abschaffung der todesstrafe die todesstrafe ist abgeschafft